Hallihallo und ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Tayo Suelpe, ein kleiner deutscher Nintendo Let's Player und spiele mit euch immer mal wieder Retro Games von Nintendo. Hinzu kommen PC Games, die unscheinbar sind und es wert sind gespielt zu werden. Wenn du auch ein Teil meiner kleinen Community werden willst, dann abonniere jetzt kostenlos diesen Kanal. Bild dir selbst deine Meinung, indem du mal in ein, zwei Videos reinschnupperst und dann entscheidest, ob dieser Kanal dich anspricht oder eben nicht. Und ja, ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Schauen meiner Videos und würde sagen Tschüssikowski und Bye! Bis zum nächsten Mal.